Hallo! Dieser Trailer zeigt kurze Ausschnitte meiner Videos. Während ich Gitarre spiele, nehme ich einzelne Passagen auf und lasse diese dann als Schleife wiedergeben. Dies geschieht mit Hilfe eines Rupors, einem per Fuß bedienbaren Aufnahmegerät. Auf diese Weise ist es möglich, mit nur einem Instrument, den Sound eines Duos, eines mehrstimmigen Ensembles oder auch einer kompletten Band zu erzeugen. Musik 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 Musik